Ach, diese Kühe, dass die immer irgendwie einen Unsinn machen, dass die eine da stirbt oder was. Und ab hier wird der Aufstieg schon mühseliger. Ja, und warum die Tintenfische hier so viele davon sind und hier auch irgendwie sterben, ist alles ein bisschen rätselhaft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung zu einer neuen Folge von Minekraft Utopia. Auch diesmal ohne Facecam, weil hier zocke ich alleine und ich, ja, also es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwelche überraschenden Dinge passieren werden oder so. Also, ich gehe mal in die Innenansicht mit 5, zack, und werde mal, bevor ich hier losstreune, ich stehe hier auf meinem Balkon, es ist gerade Morgen, ich habe gerade gepennt, also hier ingame in der Welt. Hier auf meinem Balkon habe ich noch ein bisschen was gezimmert, hier habe ich einfach ein kleines Tischchen und so zwei Hocker hingemacht. Und ich bin auch mal gefragt worden, warum am Balkon hier diese Geländer nicht zu Ende gemacht worden sind. Und das hat den einfachen Grund, man kann hier außen auf der Balustrade rumlaufen. Das ist mit Absicht so gemacht für den Fall, dass man angegriffen wird oder sonst irgendwas passiert, dass man so eine Fluchtmöglichkeit hat. Und ich glaube, warte mal, hatte ich nicht sogar eine Möglichkeit geschaffen, hier hochzuklettern? Nee. Das wäre auch noch nice. Ich könnte da ja mal eine Leiter oder so anbringen. Obwohl, nee, ich habe ja eine Leiter auf der anderen Seite. Brauche ich ja eigentlich gar nicht. Und zwar ist die hier. Und da kommt man hoch, da muss man nach links und dann muss man hier oben drauf. Das kennt ihr schon aus der letzten Aufnahme. Ich will aber mal ganz runter und raus aus dem Häuschen. Aber ich fühle mich aus dem Häuschen hier. Kurz mal Equipment anziehen. Oh, das Equipment sieht nicht mehr so gut aus. Ist aber egal. Ich will euch was zeigen. So, das hier ist mein Garten. Den kennt man auch schon. Schön bewässert. Ist alles gerade reif, aber ich wollte jetzt nicht zur Ernte übergehen. Das kann ich nachher immer noch machen. Und hier diesen Steg. Den habe ich auch schon für längere Zeit gebaut. Also es ist eigentlich auch bekannt. Da hinten den Wasserfall. Den habe ich nochmal ein bisschen verändert. Gibt eine ganz, ganz alte Folge, wo ich den mal angelegt habe. Und da hinten, da sieht man ein Loch. Da habe ich so eine Höhle reingegraben. Da ist irgendwie Zeug drin. Und da oben ist auch noch eine Höhle. Die gucken wir uns mal an. Beziehungsweise, ich zeige euch mal hier. Ne, erstmal gehen wir auf den Berg hoch. Also hier ist an der Seite der Wasserfall. Da ist die Höhle. Und da geht es um den Aufgang. Und der Berg ist auch ganz nice. Also hier habe ich extra so Treppen gebaut, dass man hier easy hochkommt. Hier muss man einmal um die Ecke. Und ab hier wird der Aufstieg schon mühseliger. Man ist schon oben und hier oben liegt auch Schnee. Und das ist ganz nice hier wegen der Aussicht. Ich weiß auch noch nicht, was ich hier oben mache. Ob ich hier vielleicht ein kleines Häuschen hinstelle oder irgendwas. So hier am Rand muss man jetzt aufpassen. Da wird man ein bisschen schwindelig. Oh Gott. Sneaken, sneaken, sneaken. Das ist krass. Da unten, das ist auch sehr interessant. Das kann ich euch nachher auch nochmal zeigen. Und das ist schon wieder eine Kuh im Wasser. Naja. Ist so eine Höhle. Und das Wasser hört da irgendwie direkt auf. Das ist ein bisschen strange. Hier ist auch eine Kuh. Hallo Kuh. Wir sind ein bisschen zu hoch. Ja, eine Kuh am Berg. So, hier muss man sich merken, dass man hinterm Baum wieder runter kann. Dann zeige ich euch mal die andere Höhle. Hier lang gehen. Ja, hier. Die habe ich irgendwann mal ausgehoben. Ich weiß auch noch nicht, was ich hier draus mache. Ich hatte auch überlegt, da ich ja hier am Meer bin und das so ganz schön ist und das so ein Fischerhäuschen ist, kann ich das Ganze ja noch ein bisschen moderner aufziehen und sagen, okay, ich mache da eine Tauchschule hin. Und für eine Tauchschule braucht man ja auch schöne Höhlen, wo man durchtauchen kann. Und hier wäre zum Beispiel die Möglichkeit, auch noch einen Wasserfall rauszumachen und diese ganze Höhle mit Wasser zu füllen. Keine Ahnung, ob das geht. In Minekraft bestimmt geht das irgendwie. Und hier unten habe ich nämlich runtergegraben, kommt man auf der anderen Seite raus. Das heißt, man kann hier so Heimat durchtauchen. Das fände ich nice. Mache ich so ein bisschen ein auf Tauchschule. Und hier kommt man wieder raus. Und hier fließt dann wieder ein Wasserfall runter. Was sind denn das für Linien da im Wasser? Das sieht strange aus. Was ist das hier? Das sind Schatten. Das liegt am Shader, oder? Warum sieht das so merkwürdig aus? Krass. Vielleicht sind das die Godrays oder so. Und warum hier so viele Tintenfische sich tummeln, ist mir auch ein Rätsel. So, da hinten ist die Höhle. Da ist mir mal Folgendes passiert. Ich bin hier mit dem Boot rumgefahren. Das mache ich jetzt nicht. Alleine schon wegen der Tintenfische würde das Boot kaputt gehen. Bin ich mit dem Boot rumgefahren. Und wir nähern uns mal hier ganz vorsichtig von der Seite. Oh, hier ist ein Tintenfisch gestorben. Krass. Mehrere sogar. Und hier geht es in so eine Höhle rein. Und hier endet das Wasser. Das habe ich nicht so gebaut. Das ist irgendwie so... Da unten habe ich vielleicht dann einen Stein mal gesetzt. Kuh, was willst du? Ach, diese Kühe. Dass die immer irgendwie einen Unsinn machen. Dass die eine da stirbt oder was. Ja, und warum die Tintenfische hier so viele davon sind und hier auch irgendwie sterben. Ist alles ein bisschen rätselhaft. Äh, wir können ja mal eine kleine Exkursion machen. Also diese Höhle... Guck mal, das geht da richtig tief rein. Also das ist natürlich entstanden irgendwie. Und hier ist Eisen. Nice. Kann man natürlich gebrauchen. So, ich jump hier mal runter. Habe ich eigentlich irgendwas mit dabei? Ne. Außer ein Boot habe ich sonst nichts dabei. Die Tintenfischfässchen aufsammeln. Muss ich halt nachher versuchen, mich irgendwie wieder rauszubauen. Habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Schiss. Weil hier können Creeper und alles mit... Da hinten sehe ich schon einen Creeper. Hier kann halt alles mögliche sein. Und ich glaube, da hinten ist auch Lava. Da schimmert irgendwas. Machen wir mal hier eine Fackel hin. Damit wir was sehen. Mal aufpassen auf den Boden. Nicht, dass wir irgendwo reinfallen. Was mir mal im Stream passiert mit Max, da bin ich irgendwo... Irgendwo reingelatscht und war dann plötzlich in der Lava drin. Weil ich irgendwo reingefallen bin. Was da hinten sieht strange aus. Den haben wir getroffen. Ah, da fließt glaube ich Wasser runter. Das kann sein. Und da spiegelt sich irgendwas im Wasser. Sobald ich Schritte höre, muss ich aufpassen. Ja, da hinten ist er. Ja, das ist Wasser. Jetzt kommt der Creeper da nicht mehr durch. Sieht abgefahren aus. Da muss ja noch mehr Zeug irgendwie sein. Oder mein Bogen spiegelt sich da. So, Creeper ist tot. Machen wir mal eine Fackel an. Ich habe ein bisschen Angst. Da geht es irgendwie runter. Ah, der ist hier reingefallen. Okay. Da hinten ist noch mehr Wasser. Lustig, wie sich bei diesem Shader das Wasser spiegelt. Also ein bisschen merkwürdig. Machen wir heute mal Höhlenerkundung. Ich muss natürlich aufpassen, dass mir nichts von oben runterfällt. Auf mich drauf. Hier beim Wasser könnte ich mal hochschwimmen. Das wäre mal eine Idee. Fackeln habe ich ja genug dabei. Ah, das mit dem hochschwimmen kann ich nicht so gut. Okay. Hier sind wir halbwegs safe. Komme ich da irgendwie rüber? Oh, Alter. Das ist riesig hier. Nein. Bin ich wieder im Wasser. Ah. Gerettet. Das Schwarzpulver brauchen wir nicht. Einen Bruchstein habe ich dabei. Da unten, das ist natürlich auch alles ein bisschen strange. Also abgefahrene Höhle. Habe ich das Ganze so hier. Zack, zack. Da könnte man... Sondern mal, ich mache hier einen Weg rüber. Und dann kann ich hier ganz gemütlich. Ganz gemütlich Level-Farm. Zack, zack, zack. Ja, da habe ich noch Zeit für. Hier schön die Höhle zu erkunden. Das ganze Eisen rauszuholen. Und... Alter, das ist aber riesig, Leute. Guckt euch das an. Und da oben ist es dann schon zu. Kohle mal zur Seite tun. Ich weiß auch nicht, ob meine Spitzhacken ausreichen. Ich habe nicht so viele dabei. Und die, die ich jetzt benutze, ist auch gleich kaputt. Und hier wird es schon wieder dunkel. Ein bisschen Axt bekomme. Und Wasser strömt überall irgendwie. Ja, genau. Das war die Eisenspitzhacken. Dann war die nächste. Dann komme ich hier um meine Ecke und dann ist da plötzlich irgendein Monster. Das kenne ich doch alles schon. Zumindest durch die Fackeln können jetzt keine mehr spawnen. Zumindest nicht im unteren Bereich. Im oberen Bereich schon. Und hier hört es wahrscheinlich auf. Ist da noch weiter? Ne, das ist ein Dead End hier. Aber nicht schlimm. Müssen wir mal ein Level höher zu kommen. Krass. Krass, 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 krass. Also eine ganz schön krasse Höhle. Ich kann ja mal gucken, ob hier unten auch noch was ist. Aber nicht, dass ich da irgendwie in ein Monster reinfalle. Ich traue mich nicht. Naja gut, ich mache es einfach. Schwert in den Anschlag. Oh, hier unten scheint noch mehr abzugehen. Ja. Also hier unten ist doch noch ein bisschen mehr. Allerdings alles irgendwie Wasser überflutet. Das ist jetzt gefährlich, ne? Wenn hier ein Monster ist, dann... Oh, da oben geht es wieder raus. Krass. Und da auch. Krasse Number. Das ist echt eine abgefahrene Höhle. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich hier überhaupt rauskommen soll. Na gut, hochbauend geht immer. Sich rausgraben. Versuch mal hochzuschwimmen. Gucken, wo wir da rauskommen. Oh, es ist schon dunkel geworden. Das ist natürlich ein Risiko. Gucken, wo wir jetzt sind. Welcher zerklüfteten Landschaft. Keine Ahnung. Ein bisschen die Orientierung jetzt verloren. Schafe, Kühe und der Mond. Krass. Aber man kann sich schnell mal verlaufen. Warte mal, ich versuche mal hier den Berghof zu kommen. Gucken, ob das geht. Ein bisschen Abenteuer hier heute. Und bis jetzt. Bis auf den einen Creeper gerade eben. Wo sind wir denn jetzt? Nice. Ich glaube, von da hinten sind wir gekommen, oder? Das ist mehr. Ja. Creeper. Ja, komm. Alter Falter. Ich habe zum Glück die Schritte gehört. Krass, krass, krass. Okay. Oh, da unten ist nochmal so ein Loch. Und hier wahrscheinlich jetzt auch. Kurz mal gucken. Nee, hier ist keins. Was war das? Aber hier ist ein Loch. Ich habe das Skelett gehört. Das waren Zombie-Geräusche. Wahrscheinlich von da unten. Die Latschen dann hier runter, die Kühe. Und dann sind sie beim Wasser gefangen. So wie die zwei da unten. Das war jetzt ein bisschen aufregend. Da hinten ist schon wieder. Das war ein Skelett. Der hat geschossen, während ich ihn geschlagen habe. Versuchen wir mal da hoch. Ah, hier war ich schon mal. Glaub ich. Weil hier vorne ist was unnatürliches. Ja, dieses Holz habe ich da mal hingesetzt, damit man hier hochkommt. Ich glaube, da habe ich mal versucht, einen Esel irgendwie rüber zu... Ah, jetzt weiß ich, wo ich wieder bin. Da hinten. Wo es leuchtet. Da ist mein Haus. Hier die ganzen Bäume habe ich mal gepflanzt. Da kommt man hier. Und schon sind wir wieder zurück. Tada. Ah, hier steht noch eine Kiste. Wahrscheinlich vom Wegbau. Ja, ja. Nice. Alright. Da ist eine Fackel angebracht. Also, ich bin am überlegen, was ich da oben reinmache. Also, keine Ahnung. Oben auf dem Berg vielleicht so eine kleine Hütte. Echt so eine kleine winzige Holzhütte, die so für Bergsteiger gedacht ist, um kurz zu rasten. Oder im Notfall da auch mal zu pennen, wenn man irgendwie mitten im Schneesturm sich nicht mehr runter traut vom Berg. Wobei der Weg hier oben ist ja echt easy. Also, hier einmal hochlatschen und dann so ein bisschen kraxeln. Gucken wir wieder. Ein Enderman. Oh, da erschrecke ich mich immer so dermaßen. Entweder ist der im Berg drin oder er steht jetzt hier oben irgendwo rum. Ich sehe noch nichts. Ich sehe auch keine Partikel. Aber gehört habe ich ihn. Alter, ja gut. Solange ich ihn nicht angucke. Ja. Erzähl mir Geschichten. Wahrscheinlich ist hier eine Höhle irgendwie drin. Das würde mich nicht wundern. Und sonst weiß ich auch nicht, wo der ist. Ich sehe ihn nicht. Vielleicht ist er auch schon weiter gespawnt. Oh, da hinten ein Skelett. Krass. Und da unten steht ein Creeper. Direkt unter mir. Nice. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr eine Idee habt, was ich hier oben hinbauen soll. Also, ich glaube ein Häuschen wäre ganz nett. Dann schreibt es mir doch in die Kommentare oder schreibt mir sowas Nettes in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Da ist der Enderman. Schnell weg hier. Er war doch nicht in der Höhle. Er ist da hochgelatscht. Wo ist er jetzt hin? Er hat sich weggebrochen. Nee, da hinten steht er. Nee, den lasse ich in Ruhe. Tschüss, Leute.